Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft, hätte ich jetzt was gesagt. Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, ähm, oh, das will ich kurz lesen. Bestes Standhaus Nummer 1, verkaufe Kekse in Massen, MFG Bunga Bunga. Ey, beste Name, ne, ist klar. Ähm, ja, letzte Folge sind wieder beteiligt worden und waren kurz in der Paintball Arena. Ich werd mich mal hier so... Denk dir, der fährt noch weg? Ah, hi. Das sind Cherries. Ich denk mal, dass der mich meint. Kannst gut mitkommen. Ich denk mir, er meint, kann ich mitkommen. Ja, werd ich mal machen. Ähm, kein Problem. Hoffentlich werd ich jetzt nicht in die Entfüllung gebracht. Wir sind alle gespannt, was hier... ...Molkan. Hoffentlich war das auch ausgebrochen, ja. Bin ich, sorry. Das tut mir natürlich unheimlich leider, aber ich kann nichts dafür. Ähm, der uns hinführt. Ach so, hier hin. Okay. Ich bin gespannt. Oh klar, warum denn nicht? Ja, ich mein, wir brauchen hier auch etwas Spannung in den Folgen. Ich muss noch kurz, der Schloss-K-Lock. Warte hier bitte, okay. Ich warte. Okay. Okay. Ich hab keinen Kfz-Mechatroniker. Ich schätze mal, dann kann man das Auto nicht reparieren. Äh, kannst du nämlich stattderefahren. Klar, komm mit. So, ich. Oh, jetzt ist das AFK oder was? Hat jemand Drogen? Auf jeden Fall, hier. Äh, ja. Machen wir kurz den Motor an. Ganz ehrlich, ne? Ich möchte ja nicht, ich möchte ja nichts sagen, aber... Daterechtschreibung. Das ist unglaublich. So, ich werde da mal wieder gehen. Weil, das war jetzt alles etwas verwöhrend. Ja. Wenn du an der Moment warst und, äh, hier, dich in das Video integrieren wolltest und jetzt noch irgendwas vorhattest, dann tut mir das unheimlich leid, aber... Ähm, das sah meiner Meinung nach jetzt nicht mehr danach aus. Deswegen denke ich es... Denke ich, dass ich jetzt einfach mal abhauen kann. Mich leicht davon schleichen. Hu. Oh ja, das war das Beste, Hu, das es auf der Welt gibt hier. Das sollte ja ein Hu werden, aber... Jetzt kann ich auch nichts mehr daran ändern. So, ähm... Wo kann ich denn mal hin? Ich kann doch mal. Ich kann doch mal. Nein. Ich hatte mir jetzt überlegt, aufs Zathau zu gehen und runter zu springen mit einem Fallschirm. Allerdings habe ich auch letztes Mal keinen Fallschirm bekommen. Und das... Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich weiß, was ich jetzt mache, ja. Allerdings habe ich auch letztes Mal vor allem Fallschirm bekommen. Und deswegen... Bin ich ohne runtergesprungen und habe überlebt wegen dem... Ah, sorry. Wegen dem Neulingsschutz. Ich weiß aber nicht, wie lange der hält. Ich glaube nicht, bis Level 3. Jetzt weiß ich aber nicht, bis Level 3 einschließlich Level 3 oder bis Level 3 endet bei Level 3. Aber ich habe schon einen anderen Plan. Und zwar werden wir jetzt jetzt mal den Job Pilot holen. Da ich ja offscreen den... Ähm... Kommt Motor. Da ich ja offscreen den... Ähm... Wie als Flugschein gemacht habe. Ähm... Dann dürfte, glaube ich, jedem klar sein, was... Äh... Ja, das Resultat war. Es war extrem übersteuert. So, wir werden jetzt Pilot. Und ja, ich würde das gerne annehmen. So, ich kann mir schon denken, wo wir das Ganze machen können. Oh. Oh. Oh, ist das denn immer offen? Ja. Ja. Äh, nicht Slash. Ja. 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 Man nennt mich Cherry und nicht der Cherry Gaming. Ja. Das ist sehr ungabhängig. Ist ja nicht nur eine Umschreibung. Mach mal Slash, Stats, Rosa. Slash, Stats. Rosa. Erwischte aus dem Wunderhafen, steigen Sie mal aus. Oh Gott. Ich glaube, ich habe falsch geparkt. Ach, das ist ärgerlich. Ja, aber ich werde es natürlich annehmen, weil ich bin mir meiner Schuld bewusst. Ich habe Scheiße gemacht und... Ja, werde das jetzt auch... Werde auch dafür büßen oder... Beziehungsweise habe ich es schon dafür gebüßt. So, ja, jetzt haben wir noch einen blinden Passagier. Ähm, ja, wir werden das trotzdem mal zum Flughafen fahren. Äh, ja. Sekunde. Ja. Mal gucken. Interessierte Maffen. Ähm, nope. Bin ich nicht, ja. Weil, wie gesagt, ich möchte meine Stats, was mit Waffen, Tode und weiteren, äh, ja, etwas angeht, weitestgehend auf Null halten. Ja, bei Tode ist jetzt schwer, das Ganze wieder auf Null zu setzen. Unmöglich. Außer ich hack mich in die Datenbanken. Äh, nee. Möchte legal bleiben. Ähm, nee, ich will das einfach aufhören. Nee. Ja, ne, weil... Naja, ich kann euch sagen, wenn ich jetzt kommen würde, ähm, ich möchte mit... Ich möchte legal bleiben, dann würde was kommen von wegen... Ja, weil es könnte ja zur Selbstverteidigung gehen, ja. Ein Scharfschützengewehr zur Selbstverteidigung, ja. Also, das gibt's auf der Welt nicht zweimal. Nicht mal einmal. So. Äh. Und? Nee, ich dachte mir... Alter, was ist da los? Warum hält die sich so krass? Ich will keine Waffen. Weder eine Diegel. Diegel. Gott, jetzt ist meine Hand eingeschlafen. Warum habe ich meine Hand eingeschlafen? Jetzt kann ich mich nicht mehr schreiben. Sekunde. Aua. Äh. Nee, weder eine Diegel. Diegel. Egal. Nee. Noch eine Sniper. Egal welcher Preis. So, ich denke mal, mit dem Flughafen... Äh, mit dem Flughafen... Mit dem Flugzeug können wir dann gleich fahren, wenn wir verlot sind. Ach, komm, das gibt's doch nicht. Auch nicht. Wenn ich einfach Trafen und Drogen andrehe, während man auf meiner Wind... Äh, auf meinem... Auf meiner Mondschraube sitzt, ja. Das ist auch nicht die beste Idee. So. Ja, dann werde ich dich jetzt mal gekonnt ignorieren. Und einfach mal wegfliegen. Ja, weil ich's kann. Rennen! Rennen, ich will nichts kaufen. Ich will nicht. So, rein mit uns. Und ab geht's. Slash Motor und Slash... Start... Flug. Ach, scheiße. Das wird gleich lustig, wenn wir in der Luft sind. Dann werde ich lieber einfach nur eine Rolle machen. Allerdings, wenn wir auf jeden Fall darüber festwunden sind. Damit ich hier eine... Ähm... Eine Todesgarantie hab. So, ich werde immer einfach... Ein paar... Pfeile nach oben machen. Welche... Ja, einen glücklichen Smiley bedeuten sollen. Um sie in Sicherheit zu wiegen. Damit ich sie dann... Gnadenlos umbringen kann. Oh yeah. So. Ähm... Ja, wie ich das allerdings mache. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ihr einen Like da. Und schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Oder etwas, was ihr wisst. Ähm ja, bis denn und tschö. Ähm ja, bis denn. Ähm ja, bis denn. Ähm ja, bis denn.